Herzlich Willkommen liebe Kolleginnen und Kollegen des Fundraisings. Hier ist Jan Uckermann mit einem neuen Fundcast. Hier von der Fachtagung Fundraising für Hochschulen an der Evangelischen Akademie Bad Boll. So eine lange Einleitung und ich freue mich über eine besondere Gesprächspartnerin und du darfst dich jetzt einmal selber vorstellen. Wer bist du denn? Mein Name ist Caroline Matheny-Scott. Ich bin leitende Fundraiserin an der Goethe-Universität in Frankfurt. Und du bist schon relativ lange im Hochschul-Fundraising unterwegs. Wie lange genau? Insgesamt Fundraising jetzt seit 15 Jahren und Hochschul- oder Bildungs-Fundraising etwas über zehn Jahre. Welche Stationen gehörten da dazu? Richtig los mit Hochschul-Fundraising ging es an der Uni Freiburg, dann anschließend KIT, also Universität Karlsruhe und jetzt zurzeit in Frankfurt an der Goethe-Universität. Okay und wie ist denn so dein Überblick über die letzten zehn, fünf, zehn Jahre dann im Hochschul-Fundraising? Du hast eben im Vorgespräch auch noch mal gesagt, die Kollegen von der TU München, die machen das seit 15 Jahren professionell und das ist so ein Benchmark. Wie ist da so dein Überblick? Wie hat sich das entwickelt und wo stehen wir heute? Also ich denke mal so im Vergleich von vor zehn Jahren bin ich natürlich auch heute wieder ganz begeistert zu sehen, wie viel neue Kollegen dabei sind. Auch schon die Professionalität sich sehr sehr gesteigert hat. Aber es ist natürlich, ich sag mal für Leute, die sich doch viel erhoffen und viel wünschen, könnte es noch ein bisschen weiter sein. Aber wir arbeiten dran. Genau. Woran wird denn aktuell gearbeitet? Also was hast du da für einen Überblick oder was kriegst du auch von Kolleginnen und Kollegen aus anderen Hochschulen mit? Wo sind gerade so Hauptschwerpunkte, Themenpunkte, an denen gearbeitet wird? Ich glaube, was ja jetzt so in letzter Zeit ein ganz großes Thema war und immer noch ist, ist das Deutschlandstipendium. Keine Frage. Manche können es schon nicht mehr hören, aber ich glaube doch, dass man hier die Botschaft aussenden sollte, dass es für eigentlich jede Universität, jede Fachhochschule ein ganz wichtiges Projekt ist, um überhaupt mit Fundraising mal starten zu können. Und da arbeiten wir doch jetzt schon sehr intensiv seit drei Jahren dran. Mit großen Erfolgen, finde ich, auch wenn es in der Presse nicht immer so rüberkommt. Aber ich glaube, das ist momentan ein ganz wichtiges Thema. Eigentlich an fast allen Universitäten und Hochschulen, wie man das umsetzen kann, um auch Fundraising zum Start zu bringen. Dann nehme ich das gleich nochmal als Thema. Gibt es da so drei Tipps von dir, die du mitgeben könntest, um Fundraising zu starten mit dem Deutschlandstipendium? Also grundsätzlich bin ich ja überzeugt, jetzt nach diesen zehn Jahren an Hochschulen, man kann es wirklich an jeder Hochschule starten. Es lohnt sich überall. Es sind vielleicht nicht immer die Riesenbeträge, die gleich kommen. Man muss ein bisschen Geduld haben. Aber die Vorteile, nicht nur monetär, sondern auch mit der Umgebung in besseren Kontakt zu kommen, seine Reputation dadurch zu stärken, zukunftsfähig zu werden. Ich glaube, dafür ist Fundraising grundsätzlich für alle Unis wichtig. Und insofern, Deutschlandstipendium, drei Tipps. Okay, ich versuche es jetzt mal quick and dirty. Ja, so genau, aus dem Ärmel geschüttelt. Also ich bin ganz sicher, man kann an jeder Hochschule Kontakte finden, wenn man mal ein bisschen recherchiert, wer ist mit uns schon verbunden und über diese Person, diese Einrichtungen mal versuchen, erste Gelder einzusammeln. Das ist hier natürlich ganz wichtig. Das Zweite ist, dass man natürlich unbedingt jemanden im Rektorat, im Präsidium braucht, der einen darin unterstützt. Und das Dritte, was auch noch super wäre, wenn man es dann auch noch schafft, die Fachbereiche, Fakultäten mit ins Boot zu ziehen. Also ich glaube, das ist doch ein Projekt, weil es ja um Studierende geht, das nicht anrühlig ist und das auch wirklich über alle Fachbereiche interessant sein sollte. Insofern denke ich, es ist ein gutes Projekt, um möglichst viele mit ins Boot zu nehmen. Damit belassen wir es mal. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und die Infos und wünsche dir für die Zukunft alles, alles Gute. Vielen herzlichen Dank. Danke sehr.